Paul, wie ist die Situation im Moment? Was kannst du uns berichten? Thomas, wir sind mitten in der Nacht aufgewacht von Explosionen in der Stadt und auch sehr nahen Kämpfen im Zentrum oder in der Nähe des Zentrums. Da hat es heftig gewütet. Es gab hier Sirenen die ganze Nacht. Dann ab morgen 7, 8 Uhr eine relative Ruhe, muss man sagen. Aber es ist eine scheinbare Ruhe, denn alle rechnen damit. Du hast es angesprochen, weitere russische Truppen sind in Richtung Kiew unterwegs. Nachschub offenbar, weil die russische Armee nicht so schnell vorankommt, wie es sich der russische Präsident Wladimir Putin vielleicht vorgestellt hat. Ansonsten muss man sagen, dass die Hauptstadt heute Morgen aufgewacht ist und viele sich die Augen gerieben haben, dass die russischen Soldaten noch nicht im Zentrum stehen. Denn das ist ja das, was viele geglaubt haben, dass es nicht lange dauern würde, dass diese Stadt fallen würde, dass sich die ukrainische Armee nicht verteidigen könnte gegen diese übermächtigen Kräfte, gegen diese übermächtige Armee, gegen diejenigen, die alle Technologien einsetzen können und gegen eine ukrainische Armee, die gerade mal einen Wehretat von rund 5 bis 6 Milliarden Euro hat. Das ist nichts, Thomas, und deswegen sind viele Bürger stolz auf ihre Armee, auch stolz auf ihren Präsidenten Wladimir Selenskyj, der sich immer mehr hier zu einem Helden entwickelt, kann man sagen, denn es gab Berichte, dass US-Amerikaner, dass die US-Regierung ihm angeboten hat, ihn evakuieren zu lassen, raus aus Kiew rein, irgendwo, wo es sicher für ihn ist. Und Selenskyj hat das abgelehnt, sagen uns unsere Quellen, auch amerikanische Quellen sagen das. Er hat gesagt, ich brauche keine Evakuierung, ich brauche nur Waffen, um unsere Menschen hier zu verteidigen. Paul, der Bürgermeister von Kiew ist Vitaly Klitschko. Wir kennen ihn alle als ehemaligen Boxweltmeister. Du hast mit ihm gesprochen, auch heute Nacht, bist die ganze Zeit mit ihm in Kontakt. Was berichtet er dir? Vitaly Klitschko ist mit seinem Bruder und weiteren in der Stadt unterwegs. Er ist derjenige, der sozusagen für die zivile Verteidigung Kiews verantwortlich ist. Er hat heute Morgen gesagt, dass die Dinge aus seiner Sicht, dass keine russischen Soldaten bislang in der Stadt sind, im Zentrum sind. Das ist für sich schon ein Erfolg. Und er hörte sich einigermaßen optimistisch an, im Vergleich zu den nervösen Tagen und nervösen Nächten der vergangenen Tage. Man ist glücklich darüber, dass man Kiew, das Zentrum, halten kann. Dass es keine russischen Einheiten gibt, die in irgendeiner Form das Parlament oder den Präsidentenpalast schon erreicht hätten. Allein das ist schon ein Erfolg hier. Erschreckende Bilder sind das gewesen, die wir vorhin gezeigt haben, von dem Einschlag in dem Hochhaus mitten im Zentrum in Kiew. Was weißt du darüber, Paul? Das sind ganz aktuelle Bilder, Thomas, die uns erreicht haben. Das ist vom Zentrum hier rund 15 Autominuten entfernt. Es ist nicht so leicht, dort hinzukommen. Auf den Straßen momentan russische Provokateure, russische Soldaten, die in einer Form am Ende die Problematik haben. Und deswegen ist es am Ende eine wirklich schwierige Situation. Und man kann nicht sagen, wie sozusagen dieser Krieg auch gegen die Zivilisten weitergeht. Es ist ein Problem, natürlich, wenn Hochhäuser getroffen werden. In diesem Fall, wir wissen noch nichts über zivile Opfer. Das werden wir recherchieren müssen. Aber natürlich ist dieses Bild, dieses Video schon jetzt ein Symbol. Denn wenn eines der größten Hochhäuser von Kiew von einer Rakete der russischen Armee getroffen wurde, dann zeigt das ganz klar, es geht hier eben nicht allein, wie Wladimir Putin behauptet, um einen Krieg gegen die ukrainische Armee. Nein, bei einem Krieg geht es immer auch um Zivilisten, die am Ende getroffen werden können. Paul, ich habe es vorhin gesagt, es sind Fallschirmjäger auf dem Militärflughafen südlich der Stadt gelandet. Wie muss man sich das vorstellen? Wie könnte die Einnahme dieser Stadt jetzt ablaufen? Kann die überhaupt eingenommen werden? Oder muss aus der Luft bombardiert werden und wird diese Stadt dann zerstört? Das kann ja nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Das kann auch nicht Ziel Putins sein, denn er will ja die Stadt übernehmen. Ja, eine Luftbombardierung aus meiner Sicht kommt zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich, muss man sagen, nicht in Frage. Du hast das genau richtig dargestellt. Wladimir Putin will hier keine Zivilisten, vordergründig muss man sagen, angreifen, zumindest nicht die Stadt komplett zerstören. Immer noch trotz des Krieges gibt es eine große historische Verbindung. Ich meine, wenn Wladimir Putin aus seiner absurden Theorie sagt, aus seiner Verschwörung sagt, dass die Ukraine kein eigenständiger Staat ist, sondern aus seiner Sicht auch so nicht existieren dürfe und zu Russland gehöre, dann kann er ja in dieser Logik bleibend nicht hier die Stadt in Schutt und Asche legen. Und das ist aus militärischer Sicht für ihn insofern problematisch, denn er hat sich festgelegt, dass er allein auf militärische Ziele will. Wir haben gerade gesehen bei dem Hochhaus, dass das nicht ganz stimmt oder dass es so nicht stimmt. Aber wenn wir die militärische Strategie jetzt betrachten, dann ist es genau so. Man hat versucht, Lufthoheit zu gewinnen. Man hat versucht, verschiedene Flughäfen, kleine Flughäfen zu besetzen und dann wieder mit Truppen reinzukommen. Aber die Ukrainer haben dort immer wieder zurückgeschlagen zuletzt. Deswegen war es nicht leicht für ihn, hier eine Militäraktion weiter zu starten und weiter zu kommen. Und deswegen ist diese Aktion auch langsamer geworden. Nun gibt es auch Berichte darüber, Paul, dass Putin tschetschenische Kämpfer in Stellung bringt, losschickt in Richtung Ukraine. Und da werden natürlich die schlimmsten Bilder wieder vor Augen gerufen. Tschetschenien, Grozny, dieser brutale Krieg mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Was kommt da auf die Ukraine, was kommt da auf Kiew zu? Das ist das, was in den sozialen Medien geteilt wird. Das ist das, was man aus Russland, aus Tschetschenien hört. Dass Kadirov seine Schlechter, muss man sagen, seine Soldaten, die für besondere Grausamkeiten berühmt sind, hier in diese Richtung schickt. Ob sie schon da sind, ob sie außerhalb der Stadt stehen, ob sie möglicherweise noch in Belarus sind, um dann zu überqueren. Das ist nicht ganz klar, aber Kadirov ist bereit, hier Kämpfer zu schicken. Und das könnte bedeuten, dass der Krieg, den wir bislang gesehen haben, noch sehr viel grausamer werden kann. Viele erinnern sich an die Szenen 1999 in Grozny. Wir erinnern uns daran, wie Kadirov diese Schlechter schon immer in verschiedenen Kriegen eingesetzt hat. Auch in Syrien kamen sie zum Einsatz und das ist etwas, wovor hier viele Angst haben.